So, ein herzlichstes Willkommen zur 7.30. Ausgabe der Metze Champions League. Mit dabei ist der liebe Ende, gemittete Southampton. Jo, genau. Wir spielen hier Slavę Boa gegen Southampton. So, wie war das nochmal, bitte? Wie war eure G-Tonale? Slavę Brak gegen Southampton. Slavę Brak gegen Southampton. Ja, Slavę Brak wird durch die Bayern eben ersetzt, aber Southampton hat daher schon 8 zu 3 gewonnen. Wird schwer hier noch jetzt für die Tschechen eventuell da was rumzureißen. Heute beginnt da mal einer, was ich mal anschauen will. Beziehungsweise generell ein paar Änderungen. Und wie war es noch ein paar Änderungen, wie war es noch so gut ist? so oder guck mal klar alles entgegen wenn ich mich jetzt also besser gesagt slavia bra jetzt daheim gegen die engländer noch einmal von der reserve auf die bank auch ja 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 das ist schon ein Slumberbuck eigentlich das hinspiel achte drei stimmt euch wahrscheinlich nicht zu kürt ja aber es war mir drückt ersten minuten gehen schon mal ganz klar ist das der der holend ist das der ja genau zazuriano seine karriere beendet ja aber erst das spiel dann mal am weg folgt ja wo hast du denn nämlich das bittere ist natürlich ohne ohne kohle na gut aber ich glaube da war eigentlich so teuer und Vielen Dank für den Derski. Leider zu leicht. Vielen Dank für die Möglichkeit. Vielen Dank. 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 Ja, ansonsten aber ein schönes Match. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.